Meine Damen und Herren, was verschweigen Sie uns eigentlich, Herr Bundeskanzler? Machtwechsel. Die Ampel steht. Wer regiert Deutschland? Wir erleben eine Zeitenwende. Und das bedeutet, die Welt danach ist nicht mehr dieselbe wie die Welt davor. Deutschland übernimmt außenpolitische Verantwortung. Machtwechsel. Mit Dagmar Rosenfeld. Und Robin Alexander. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals auf Hawaii, ging nie durch San Francisco in zerrissenen Jeans. Ich war noch niemals in New York, ich war noch niemals richtig frei, einmal verrückt sein und aus allen Zwängen fliehen. Es ist für Olaf Scholz diese Woche tatsächlich das erste Mal in New York gewesen. Und weil auch für den Kanzler gilt, you never walk alone, ließ er sich von dem Schriftsteller Daniel Kehlmann die Stadt zeigen. Die Vermessung der Welt, so heißt Kehlmanns meisterhafter Roman. Und genau das tat dann Olaf Scholz in seiner Rede vor der UN-Vollversammlung. Er skizzierte seine Vorstellungen einer globalen Friedensordnung. Kontrastiert wurde die von der realen Kriegspolitik Wladimir Putins. Scheinreferenten in der Ukraine und Teilmobilmachung in Russland. Und während der Kanzler in New York vom Weltfrieden sprach, beendeten Grüne und FDP in Berlin ihre innerkoalitionäre Appeasement-Politik. Christian Lindner und Robert Habeck gingen in Sachen Gasumlage auf offene Konfrontation. Was bedeutet die jüngste Eskalation im Krieg Russlands gegen die Ukraine außen- und innenpolitisch für das Handeln der Ampel? Wird Deutschland doch Kampfpanzer liefern? Kommt die Gasumlage? Fällt die Schuldenbremse? Um all das geht es in dieser Folge von Machtwechsel. Oder um es in Anlehnung an Shakespeare zu sagen, to lead or not to lead. Das ist hier für Olaf Scholz die Frage. Wenn wir wollen, dass dieser Krieg endet, dann kann es uns nicht egal sein, wie er endet. Putin wird seinen Krieg und seine imperialen Ambitionen nur aufgeben, wenn er erkennt, er kann diesen Krieg nicht gewinnen. Er zerstört dadurch nicht nur die Ukraine, er ruiniert auch sein eigenes Land. Deshalb werden wir keinen russischen Diktatfrieden akzeptieren und auch keine Scheinreferenten. Deshalb muss die Ukraine Russlands Überfall abwehren können. Das hat Olaf Scholz am Dienstagabend vor der UN-Vollversammlung gesagt. Die Ukraine müsse Russlands Überfall abwehren können, so Scholz Wortwahl. Robin, warum hat er nicht gesagt, die Ukraine muss den Krieg gewinnen? Analog zu seiner Formulierung über Putin, der erkennen müsse, dass er diesen Krieg nicht gewinnen kann. Das ist ja die Sprachregelung, an der er sich seit Monaten festklammert. Putin soll nicht gewinnen, die Ukraine darf nicht verlieren, aber er sagt nicht den logischen Gegenschluss, die Ukraine soll gewinnen. Auch jetzt in New York nicht. Warum sagt er das nicht? Ich denke, er will sich alle Möglichkeiten offen halten. Er hat in seiner SPD immer noch Leute, die davon träumen, dass man da auf eine irgendwo gelagerte Position zwischen den Konfliktparteien gehen kann. Scholz fürchtet auch, dass in der Bevölkerung die Stimmung anders ist als in der veröffentlichten Meinung. Dass also viel mehr Skepsis gegenüber dem Krieg herrscht und gegenüber der Unterstützung der Ukraine vor allen Dingen. Und ich glaube, so will er es halten. Und wenn man es vielleicht zynisch mal sagt, hat er damit ja sogar Erfolg. Weil wenn man sich die Ansprache von Wladimir Putin angehört hat, da hat er ja behauptet, der Westen würde Krieg führen gegen Russland. Und er hat Washington genannt, er hat London genannt, er hat Brüssel genannt und Berlin hat Putin nicht genannt. Als Scholz vor der UN sprach, da hatte Russland seine Teilmobilmachung noch nicht verkündet. Das folgte erst danach. Und auf die hat Scholz dann später reagiert. Hier sind seine Worte. Die jüngsten Entscheidungen der russischen Regierung sind ein Akt der Verzweiflung. Russland kann diesen verbrecherischen Krieg nicht gewinnen. Robin, damit Russland diesen Krieg nicht gewinnen kann, braucht die Ukraine Kriegsgerät. Bisher aber weigert sich die deutsche Regierung, Kampfpanzer zu schicken. Aus Sicht von Olaf Scholz, du hast ihn ja in New York begleitet. Ist die jüngste Eskalation von russischer Seite ein Grund, diesen Kurs zu ändern? Oder ein Grund, jetzt erst recht an ihm festzuhalten? Das ist ja genau die richtige Frage und die, finde ich auch, ist ein Punkt, wo Olaf Scholz in seiner Argumentation nicht konsistent ist. Weil er sagt ja immer, er legt sich nicht fest und wenn die Lage sich ändert, müsste man alles neu bewerten. Aber die Lage ändert sich ja dauernd. Also die Lage hat sich in der vergangenen Woche dramatisch verändert, indem die Ukraine große Gebiete zurückerobern kann, was niemand in Berlin und auch anderswo für möglich gehalten hätte, aber vor allen Dingen in Berlin nicht. Und jetzt hat sich während Scholz in New York war die Lage erneut geändert, indem Putin die Teilmobilmachung verkündet hat und die Referenten. Also die Lage ändert sich, aber Scholz spricht weiter den alten Text. Wie lange kann er das noch durchhalten mit dem alten Text? Das ist schwer vorherzusagen. Ich glaube, dass er stärker unter Druck steht, als er sich eingesteht. Dafür habe ich eine Art Indiz. Also als wir nach New York reisten, wurde uns klargemacht, dass die deutschen Nachfragen, also aus der Presse, was ist denn jetzt mit Panzern und so weiter, dass Scholz die unangemessen findet. Und dass er sagt, dass wir darauf zu sehr herumreiten und die Bevölkerung würde diese Fragen gar nicht stellen und die Verbündeten würden sie auch nicht stellen. Aber in New York hat Scholz zwei Interviews gegeben. Eines mit NBC, das ist dieses berühmte Meet the Press. Das wird am Wochenende ausgestrahlt und da ist er auch nach Panzern gefragt worden. Und dann war er in der New York Times. Das Interview ist noch nicht erschienen, wir konnten auch nicht dabei sein. Das Interview war aber eingebettet in ein Gespräch mit dem Editorial Board. Das ist ja in amerikanischen Zeitungen so, dass sozusagen die Chefkommentatoren wie so einen Ältestenrat bilden und sich gemeinsam auch Interviews und Hintergrundgespräche mit Politikern machen. Also das ist wirklich ein Aeropark der Meinungsbildung. Und auch da wurde er, das weiß ich aus verlässlicher Quelle, nach Panzern gefragt. Nämlich, weil diese Großkommentatoren der New York Times clever genug waren, sich die Deutschland-Korrespondenten einzufliegen und die auch in Polen unterwegs war und die ein sehr authentisches Bild hatte der Stimmung in Europa. Also ich glaube, dass diese Frage noch nicht gegessen ist. Und er wird es ja nicht nur von ausländischen Kollegen gefragt, sondern er wird es ja aus den eigenen Reihen gefragt. Selbst aus der SPD gibt es ja ganz klare Befürworter für Lieferungen von Kampfpanzern. Einer der Führenden ist Michael Roth und er hat einen Vorschlag gemacht. Er hat gesagt, es gibt ja 13 EU-Staaten, die im Besitz von Leopard 2-Panzern sind. Warum bilden die nicht ein Konsortium und liefern gemeinsam? Damit wäre auch dieses ewige Argument, es gibt keine Alleingänge, wir agieren nur mit den Verbündeten zusammen vom Tisch. Warum stellt sich Deutschland nicht an die Spitze einer solchen Bewegung oder zumindest unterstützt eine solche Bewegung, auch als Zeichen der europäischen Geschlossenheit gegenüber Russland? Als Michael Roth das gesagt hat, hat er sich einen ganz harten Rüffel von Kevin Kühnert, dem SPD-Generalsekretär, eingefangen. Und Kühnert hat unter anderem gesagt, man dürfe nicht ausplaudern, was hinter den Kulissen besprochen wird, was schon ein pikantes Statement ist. Ich glaube aber, dass Michael Roth da nicht für einen großen Teil der SPD spricht, sondern eine sehr ehrenwerte, aber sehr isolierte Position hat. Aber die Frage stellt sich in der Tat, weil wir müssen uns ja auch in Erinnerung rufen, es war ja erst letzte Woche, wo nicht nur Scholz selbst, sondern auch seine Verteidigungsministerin in programmatischen Reden Führung von Deutschland angekündigt hat und auch in militärischen Fragen. Also wann, wenn nicht jetzt. Aber bisher wollen die das nicht tun. In der SPD sind es, wie du sagtest, wenige, die sich für die Lieferung von Kampfpanzern aussprechen. Bei den Grünen und der FDP sind es schon einige mehr. Und die Union hat am Donnerstag im Bundestag einen Antrag eingebracht, die Ukraine mit schweren Waffen zu unterstützen. Und vor allem eine umgehende Genehmigung für die Ausfuhr diverser Panzertypen aus deutschen Industriebeständen an die Ukraine eingefordert. Dazu gab es dann eine Debatte im Parlament und die lässt sich aus meiner Sicht so zusammenfassen. Niveau hatte an diesem Tag offenbar Hausverbot im Bundestag. Ja, das war echt bitter. Ich habe das gerade von zu Hause geguckt, weil ich nach dieser New York-Reise noch ein bisschen platt war. Also der Hintergrund ist, die Union hat ja eigentlich schon erzwungen, dass überhaupt der Bundestag sich für schwere Waffen ausspricht. Damals hatte Merz so viel Druck gemacht, dass Teile der FDP und der Grünen fast überzulaufen drohten. Und daher kam dieser Beschluss der schweren Waffen. Den hat der Bundestag also schon gefasst und der schließt ja eigentlich sogar diese Panzer, über die wir sprechen, mit ein. Seitdem ist aber nichts passiert. Dann gab es vor der Sommerpause einen Moment, wo die Union sozusagen den Test gemacht hat und das zur Abstimmung gestellt hat. Da sind eine Handvoll Abgeordnete der Grünen und eine weitere Handvoll der Liberalen sozusagen aus dem Plenarsaal rausgelaufen, um nicht abstimmen zu müssen. Das kann man natürlich nicht immer wieder machen. Und heute hat sich die Ampel darauf geeinigt, es in die Ausschüsse zu überweisen, damit man die Grünen und die FDP nicht zwingt, dagegen zu stimmen. Was natürlich echter Quatsch ist, weil Ausschüsse im Parlament machen ja so Sachen, die hören Experten an, da findet sozusagen die kleinteilige Meinungsbildung statt. Aber es liegt ja alles auf dem Tisch. Also es ist ein reines Manöver. Und die Debatte war wirklich deprimierend. Das habe ich genauso gesehen wie du. Also ich meine, da kommt die erste Rednerin der SPD und behauptet, die Ukraine wäre völlig glücklich mit dem, was wir bisher geliefert hätten und völlig zufrieden und wollte gar nicht mehr. Und das ist nun einfach mal falsch. Und dann für die Grünen sprach Omid Nouripour und er sah so traurig aus, dass man ihn hätte in den Arm nehmen wollen. Also dann Frau Strack-Zimmermann, die in jeder Talkshow für Panzer spricht, sagte auch, sie persönlich möchte auch liefern. Und im Rest ihrer Rede hat sie dann aufgezählt, was die Union in den letzten 16 Jahren falsch gemacht hat in der Verteidigungspolitik. Und dann musstet ihr vorstellen oder müssen sich die Hörer vorstellen, dann wird das immer unterbrochen von den Reden von AfD und Linken, die groteske antiamerikanische Parolen da vorstellen. Das hat wirklich kein Niveau. Also das war wirklich das Gegenteil einer Sternstunde des Parlamentes. Und beim Niveau-Limbo war auch natürlich Wolfgang Kubicki wieder an vorderster Front mit dabei, richtig? Ja, Kubicki hat die Sitzung geleitet. Der ist ja Vizepräsident des Bundestages und die wechseln sich da ab. Er war halt dran. Ja, aber das war nicht nur er. Also Frau Strack-Zimmermann rief dann irgendwann aus, die Union müsste die Soldatenhose herunterlassen. Und dann sagte Kubicki, das möchte er sich nicht bildlich vorstellen. Und dann gab es ein allgemeines Schmunzeln. Und das hatte wirklich nicht die Tonlage, die es hätte haben sollen. Die Erkenntnis der Woche Ein Mann mit einer neuen Idee ist ein Narr. So lange, bis die Idee sich durchgesetzt hat. Das hat Mark Twain gesagt. Die Idee der Gasumlage wird mittlerweile zur Narretei der Ampelkoalition. In Robert Habecks Wirtschaftsministerium ersonnen, nun von Robert Habeck in Zweifel gezogen, mit Prüfauftrag an Christian Lindner ins Finanzministerium weitergegeben und von Lindner wiederum als nicht prüfungsbedürftig an Habeck zurückgeschoben. Und noch wilder wurde es dann, als Habeck am Mittwoch die Gasumlage im Bundestag gegenüber der Opposition verteidigte. Wohlbemerkt eine Gasumlage, an der er selbst Zweifel hat. Und was hören wir von der Opposition? Und das ist der eigentliche Punkt. Die Gasumlage muss weg. Sind wir denn hier im Fußballstadion oder was? Ist das eine Demo? Muss weg. Sie sind die Muss-weck-Opposition. Was ist denn das für eine Antwort? Fragen Sie mich mal, was mir alles nicht gefällt und was ich mir wünschen würde, was alles weg muss. Aber das ist doch keine Politik. Was kommt denn stattdessen? Was ist denn die Antwort darauf? Und wenn Sie sich schon entschieden haben, nicht konstruktive Opposition zu sein, dann sollten Sie wenigstens die Traute haben, zu Ihren eigenen Anträgen auch Wahrheit und Ausbruch zu geben. Und das tun Sie nämlich nicht. Robin, man kann diesen Auftritt leidenschaftlich nennen. Man kann aber auch sagen, bei Habeck liegen die Nerven blank. Interessanterweise ist dieser Auftritt, der ja am Mittwochmorgen deutscher Zeit war, in New York ganz genau verfolgt worden. Auch aus dem Team des Bundeskanzlers, obwohl die ja wahrlich anderes zu tun hatten da. Es stand nämlich die Frage im Raum, ob Habeck sich tatsächlich empathisch dazu bekennt, zu seiner Gasumlage. Weil vorher hatte ja ein Schwarze-Peter-Spiel begonnen. Die Grünen haben gesagt, wir hätten es ja gerne ganz anders. Und man hat uns quasi gezwungen. Und Lindner sagte, nein, nein, das ist Habecks Gasumlage. Und die SPD stieß auch in dieses Horn. Also die Frage war, ob Habeck da in die Bütt geht und mannhaft zu dem steht, was er mal vorgeschlagen hat. Und das tat er dann zur großen Zufriedenheit seiner Koalitionspartner. Auch wenn Habeck jetzt sagt, die Gasumlage kommt erst mal, so richtig sicher ist ja nicht, wie es mit diesem Ding weitergeht, wie lange sie bleiben soll, ob sie verfassungsrechtlich wirklich einwandfrei ist, wenn jetzt eben Gasunternehmen verstaatlicht werden. Und spannend war, unsere Kollegin Karin Mioska hat in den Tagesthemen versucht, von Olaf Scholz die Antwort zu bekommen, ob er denn jetzt die Gasumlage will und ob sie kommt. Und hat nochmal klargemacht, dass der Finanzminister ja eher favorisiert, dass sie bleibt. Und der Wirtschaftsminister eher sie nicht mehr haben möchte. Und jetzt kommt die Antwort von Scholz. Achtung! Nein, beide haben die gleiche Meinung. Die Gasumlage ist vom Wirtschaftsminister auf den Weg gebracht worden und von der Regierung dann entsprechend in die Gesetzgebung gebracht worden. Die entsprechenden Verordnungsentscheidungen sind von der Regierung gemeinsam vorbereitet worden. Und es bleibt ein gemeinsames Vorgehen der Regierung. Beide haben die gleiche Meinung und ein gemeinsames Vorgehen der Regierung. Also das Verständnis, was Scholz da von Gemeinsamkeit hat, finde ich doch ein bemerkenswertes? Überhaupt ein ganz bemerkenswertes Interview aus New York geführt, live. Deshalb auch dieser Sound im Hintergrund. Der stand nämlich da in einem Park. Und Frau Mioska hat ja mehrmals nachgehakt und Scholz hat immer wieder einfach den gleichen Text aufgesagt. Man muss sich das so erklären. Diese Gasumlage ist ja ein Solidaritätsmechanismus, dass die Leute, die das Pech haben, einen Stadtwerkevertrag zu haben, wo die Stadtwerke bei Uniper bestellt haben, dass die nicht alleine die Erhöhung kriegen, sondern alle Gaskunden. Jetzt fragt man sich, warum denn nur die Gaskunden, warum denn nicht alle Steuerzahler? Und im Moment neigt man im politischen Berlin, sich das so zu erklären, dass sich das tatsächlich die Lobbyisten ausgedacht haben. Also Robert Habecks Wirtschaftsministerium ist ja innerlich sehr zerstritten zwischen der klassischen Beamtenschaft und einer Führungsebene, die sehr aus einem der Energiewende zugetanen Think Tank rekrutiert wurde und mit diesen Gasfragen nie viel zu tun hatte. Und man erklärt sich, dass es so zustande gekommen ist und niemand ist damit glücklich. Interessanterweise ist es aber so, dass es ein Instrument ist, mit dem man Habeck ein bisschen klein kriegt. Über die unpopuläre Gasumlage wird auch der Minister unpopulär und seine Ampel-Koalitionspartner finden das gar nicht so schlecht. Also um es mal in der Fußballsprache auszudrücken, hat man Scheiße am Schuh, hat man Scheiße am Schuh und die Gasumlage klebt am Schuh von Robert Habeck. Aber hinter dieser Gasumlage verbirgt sich doch eigentlich noch viel mehr. Nämlich die Grundsatzfrage, wer finanziert in dieser Krise die immensen Anforderungen, die auf Verbraucher, auf Unternehmen, auf Industrie zukommen. Und die Gasumlage ist ja ein Mechanismus, das nicht der Staat zahlt. Wenn die Gasumlage wegfällt und die soll ja immerhin 34 Milliarden Euro einbringen, dann müsste der Staat, der Steuerzahler dafür insgesamt aufkommen. Mit einer Schuldenbremse sind die Mittel des Staates aber dann doch irgendwann begrenzt. Steckt also hinter der Debatte um die Gasumlage nicht eigentlich die Frage, Schuldenbremse aussetzen, ja oder nein? Die Frage ist ja sowieso virulent, weil die Grünen und die SPD, die FDP an diesem Punkt weich kochen wollen und glauben, dass spätestens nach der Niedersachsenwahl Lindner fällt und die Schuldenbremse einkassiert. Aber es gibt ja tatsächlich auch aus fachlichen Gründen eine neue Situation, weil die Grundidee der Gasumlage war, die höheren Kosten auf alle Gasverbraucher umzuverteilen, um die Unternehmen zu retten, dass die Unternehmen, die jetzt so hohe Preise zahlen müssen, nicht pleite gehen. Mittlerweile aber musste man die in Rede stehenden Unternehmen, nämlich Uniper und die Nachfolgsorganisation von Gazprom Germania, als Staat kaufen. Also jetzt zahlen die Gaskunden an den Staat und damit liegt es rechtlich völlig anders. Und das war auch in der Urfassung der Gasumlage ein großes Argument gegen einen totalen Staatseinstieg bei diesen Unternehmen und es ist gar nicht mehr klar, ob das überhaupt machbar ist, rechtlich. Richtig, da ist ja im Moment das Argument, was kommt, bis der Staat wirklich voll und ganz bei Uniper eingestiegen ist, vergehen noch einige Wochen und in dieser Zeit zumindest soll die Gasumlage dann erhoben werden. Trotzdem, ich will nochmal zurück auf die Schuldenbremse kommen. Wenn Corona eine Notfalllage war, die dazu geführt hat, dass man die Schuldenbremse aussetzen konnte, ist da nicht diese multiple Krise, in der wir uns befinden, mit Krieg in der Ukraine, mit Energieknappheit und mit Inflation erst recht ein Moment, wo gesagt werden muss, jetzt setzen wir noch einmal für den kommenden Haushalt die Schuldenbremse aus? Vorsicht! Christian Lindner hat sich dagegen entschieden, das so zu argumentieren, natürlich aus parteipolitischer Sicht, aber er hat auch sachliche Argumente. Also beispielsweise der Krieg in der Ukraine, da ist doch schon die Schuldenbremse ausgesetzt, weil das gesamte Sondervermögen Bundeswehr läuft ja als ein riesen Schattenhaushalt, läuft ja schon 100 Milliarden nebenher. Und wenn man jetzt sagen würde, man hat eine Inflation, man weiß ja gar nicht, wie lange man die hat. Also da wäre, finde ich, das kann man schon in beide Richtungen argumentieren. Wenn wir dann aber bei der Energieknappheit sind und was die für Unternehmen letztlich bedeutet, dann ist doch der Punkt, da wird es noch mehr staatliche Unterstützung geben müssen. Vergessen hat man bisher komplett kleinere und mittlere Unternehmen. Und selbst Lindner kündigt jetzt an, er sei besorgt über die Auswirkungen einer Lawine, die man nicht unterschätzen dürfe, die da auf die deutsche Wirtschaft zurolle. Und Tempo und Umfang der bisherigen Maßnahmen zum Schutz von Mittelstand, Handwerk und Industrie sind aus seiner Sicht noch unzureichend. Vor allem müsse die ruinöse Preissteigerung beim Gas bekämpft werden. So, das geht ja nur mit Geld am Ende, mit Subventionen, mit Krediten. Wer soll es bezahlen, wenn wir eine Schuldenbremse haben? Ist ja nicht meine Funktion, die Schuldenbremse zu verteidigen, aber auch Lindners Argument, dass wir doch eine Inflation auch haben, weil zu viel Geld im Umlauf ist. Weil der Staat eben ja eigentlich seit der Euro-Krise Geld rausschmeißt, als gäbe es kein Morgen. Auch das, finde ich, darf man noch sagen. Ich glaube, das... Das Argument widerlege ich dir sofort. Deutschland hat eine Schuldenquote, die gut bei 70 Prozent liegt und eine Inflationsrate von rund 8 Prozent. Frankreich hat eine Schuldenquote von 113 Prozent und eine Inflationsrate von rund 6 Prozent. Also Staatsschulden scheinen derzeit nicht der Inflationstreiber zu sein, lieber Robin. Naja, weil wir ja die Euro-Krise darüber gelöst haben, dass die EZB die Zinsen abgeschafft hat. Also ich will jetzt gar nicht in die große finanzphilosophische Debatte einsteigen, aber ganz schlecht ist Deutschland mit dem Instrument der Schuldenbremse nicht gefahren in den Jahren, in denen es sie gab. Und... Absolut, aber Krisensituation ist Krisensituation und ganz schlecht sind wir in der Corona-Krise nicht damit gefahren, dass wir sie mal ausgesetzt haben. Naja, das ist ja die Idee der Grünen. Die Idee der Grünen ist, man sagt, oh, jetzt ist Krieg und Inflation, also lassen wir das mit der Schuldenbremse und in zwei Jahren sagen wir, ganz viele Investitionen zum Klimaschutz sind notwendig, jetzt lassen wir es wieder mit der Schuldenbremse und dann kriegt man das nie zurück. Das kann man ja als Gesellschaft so entscheiden, aber dann doch vielleicht besser in einer ehrlichen, großen, offenen Debatte. Ich glaube, dass diese Debatte nach der Niedersachsen-Wahl tatsächlich geführt werden wird, über die Schuldenbremse und über die AKW-Laufzeitverlängerung und dass dann vielleicht die Grünen eine heilige Kuh schlachten müssen und die FDP es auch tun wird müssen. Dafür spricht leider in der Tat, es spricht sehr viel. Es wäre dann im November, würden die sich zusammensetzen und sagen, die Stromsituation ist so schlimm, dass die beiden AKWs weiterlaufen müssen. Dann hat man nämlich eigentlich de facto einen Streckbetrieb und man kommt aus diesem seltsamen Szenario raus, dass man die erstmal in die Reserve tut und dann irgendwie wieder hochfahren muss und das ist ganz kompliziert und dann kann Christian Lindner sagen, ich habe halt mannhaft gekämpft und der letzte Haushalt ging ja noch ohne, aber jetzt sind wir am Ende der Fahnenstange und jetzt müssen wir halt die Schuldenbremse aussetzen. Das kann so kommen, aber wenn man denn dafür ist, das so zu machen, muss man dann wirklich noch die Niedersachsen-Wahl und einen Grün-Parteitag abwarten oder gebietet es dann nicht die Vernunft, es mit Grabenrücken und guten Argumenten jetzt zu entscheiden? Dein Wort in Habecks und Lindners Ohren Im Hinterzimmer Bei der Reise nach New York zur UN hat Annalena Baerbock den Kanzler begleitet. Gemeinsame Bilder gab es allerdings fast nicht. Stattdessen schien zu gelten Paragraf 1 Jeder macht seins. Und auch wenn sich Baerbock in den letzten Tagen ja sehr bemüht hat, in Sachen militärtechnischer Unterstützung der Ukraine Einigkeit mit Scholz zu zeigen, so hat sie zuvor doch sehr deutlich gesagt, was sie für richtig hält. Sie hat eine schnelle Entscheidung eingefordert, weil die deutschen Waffendieferungen Zitat offensichtlich sehr deutlich helfen Zitat Ende Menschenleben zu retten. Eine menschenrechtsgeleitete Außenpolitik, so Baerbock im Interview mit den Kollegen der FAZ, müsse ständig fragen, wie wir durch weitere Lieferungen helfen können, noch mehr Dörfer zu befreien und damit Leben zu retten. Robin, wie hast du Scholz und Baerbock in New York wahrgenommen? Die beiden sind da fast durchgängig aneinander vorbeigegangen. Das fing schon damit an, dass sie nicht im gleichen Flugzeug geflogen ist, sondern sie ist einen Tag später Linie geflogen. Und wenn man bedenkt, dass Olaf Scholz neulich erst gemeinsam mit Robert Habeck nach Kanada gefahren ist und bald gemeinsam mit Christian Lindner zum G20-Gipfel nach Bali reisen will, dann ist es schon ein vernehmliches Signal. Und tatsächlich haben die beiden da in New York keine gemeinsamen Auftritte gehabt. Es ging sogar so weit, dass Baerbock sich in die Rede von Scholz vor den Vereinten Nationen setzte und dann von ihrem Presseteam ein Foto veröffentlichte, wie sie da im Plenum sitzt. Aber der Bildausschnitt war so gewählt, dass man 38 leere Plätze sah, also dass mit kommuniziert wurde, wie schlecht besucht die Rede von Olaf Scholz war. Die Wandlung der Annalena Baerbock in Fragen der Waffendieferungen an die Ukraine, ist die auf Druck aus dem Kanzleramt erfolgt? Das wissen wir nicht, aber wir können ja mal die Indizien zusammentragen. Also die Ukraine macht eine überraschend erfolgreiche Offensive, die sachlichen Gründe für Panzerlieferungen werden stärker, mehr Leute bekennen sich dazu, unter anderem die EU-Kommissionspräsidentin Frau von der Leyen. Es entsteht ein Druck auf Olaf Scholz. Annalena Baerbock nimmt diesen Druck auf mit dem besagten FAZ-Interview und trifft sich mit Scholz im Kanzleramt zum Gespräch darüber und das Gespräch wird bekannt. Und es ist nicht bekannt geworden, weil Olaf Scholz darüber gesprochen hat. Und dann setzt sich Annalena Baerbock am Sonntag in die Sendung von Anne Will und sagt plötzlich das genaue Gegenteil. Plötzlich ist die Frau, die tagelang argumentiert hat, wir brauchen jetzt eine schnelle Entscheidung, Klammer auf, für Waffen, Klammer zu, spricht plötzlich den Text von Olaf Scholz. Und sie spricht ihn so schlecht, dass alle Zuschauer merken, da stimmt irgendwas nicht. Also als Anfangsverdacht, dass ihr mit einem sehr, sehr großen Zaunpfahl gewunken wurde, was als Ministerin geht und was nicht geht, den Anfangsverdacht, finde ich, den kann man auf jeden Fall weiter verfolgen. Es bleibt wie immer eine Menge, die wir weiter beobachten werden und über die wir ganz sicher nächste Woche widersprechen werden. Wenn wir zwei zusammenkommen, Robin, um die nächste Folge Machtwechsel aufzunehmen, die ist dann auf welt.de zu hören und überall, wo es Podcasts gibt. Und auch bei uns gilt trotz aller Harmonie Paragraf 1 jeder sagt seins. Und das letzte Wort, das ist wie immer deines, lieber Robin. Auf Wiederhören!